Marc hat heute die Gruppe geschwänzt, hat sich auch vor dem Mittagessen gedrückt, ob das an dir liegt, liegt es an deiner Persönlichkeit, oder an deiner kleinen Rattenfresse, hä? Stimmt, hab damit Angst, wann? Ich fühl mich hier nicht sicher, keiner weiß, wann die das nächste Mal ausfällt. Du hast doch ne Klatsche! Scheiße, alles klar.